update sport heute am 14 juli 2019 wir reden über den transfermarkt und wollen wir uns mal anschauen welche internationalen beziehungsweise welche wichtigen internationalen transfers schon in dieser sommerperiode gemacht wurden außerdem reden wir über die formel 1 in silverstone und wir reden über das frauen finale von wimbledon und damit willkommen zu update sport am heutigen sonntag ja ein höher sagen wir mal richtig ja ruhiger sonntag muss man eigentlich sagen auch deswegen will ich mal ausnahmsweise mal wieder ein t-shirt anhaber anstatt ein hemd aber nun gut die sendung soll ja immer lecker locker sein und das wollen wir heute auch mal ausnahmsweise hier haben beginnen wir aber mit einer nicht lecker lockeren nummer für die formel 1 fans wird es wahrscheinlich irgendwann mal auch mal langweilig ich denke mal eher nicht denn die gewisse spannung die in der formel 1 im moment herrscht die ist nicht da das kann man so sagen denn falls ihr es mitbekommen habt das ziehen wir dann auch vielleicht noch schnell durch wenn ihr das wollt in der formel 1 hat nämlich mercedes mal wieder die oberhand gewonnen und das auch beim heim grand prix von weltmeister louis hamilton er hat auch entsprechend den großen preis von großbritannien gewonnen somit feierte er seine nächste sieg und baut seine wm führung auch nach dem zehnten sieg von 21 saisonrennen nun auf 223 punkte platz zwei wurde weil ich es ja schon angedeutet habe doppelsieg für mercedes valteri bottas der den siebten doppelsieg insgesamt in diesem jahr für die silberpfeile dritter wurde der youngster von ferrari charles leclerc aus monaco sebastian vettel selbst sah es nicht so gut aus nachdem er versucht hatte in der 38 runde max verstappen wieder überholen zu wollen ist immer ein verbremser passiert und kollidierte mit dem niederländer im red bull danach musste sebastian vettel nämlich mit einem kaputten heck in die box viel zwischenzeitlich ans ende des feldes zurück und wegen diesem manöver bekam der heppenheimer auch noch eine zehn sekunden strafe also heute lief geradewegs gar nichts für sebastian vettel wenn man aus leclerc sicht eher sagen könnte ein triumph für den jungen mann aus monaco der jetzt zum ersten mal aufs treppchen gekommen ist bzw generell mal eine beste leistung gebracht hatte am ende landete sebastian vettel dann außerhalb der punkte wurde sogar vorletzter was richtig heftig ist lange nicht mehr so eine heftige niederlage einkassiert für den heppenheimer für den viermaligen weltmeister wie es gedacht war und aus deutscher sicht ist wenigstens nico hülkenberg nämlich noch mit seinem renault zehnter geworden das auch noch so knapp in den punkten schauen wir mal nach wie es dann in den nächsten in der nächsten zeit in der formel 1 so sein wird denn geradewegs da schaut es wohl so aus dass vorzeitig schon vor der sommerpause von der kleinen sommerpause dies ja ende juli dann gibt wohl wird wohl dann wohl so aussehen dass dann schon der weltmeister vielleicht schon feststehen könnte und luis hamilton wieder heißen könnte aber man kann auch sagen dass eventueller weise wohl ferrari viel überlegen muss vielleicht sogar auch sebastian vettel selbst kommen wir dann zu einem weiteren sportlichen event was an diesem wochenende in großbritannien stattgefunden hat beziehungsweise stattgefunden hatte und nämlich geht es um wimbledon ja das große grand slam tennis turnier auf dem heiligen rasen von wimbledon hatte gestern nämlich wieder eine überraschung gebracht bei den frauen im finale nachdem serena williams im letzten jahr gegen angeli kerber verloren hatte im finale ist es dieses jahr schon wieder passiert diesmal aber nicht gegen angeli kerber sie ist ja im in der vorrunde schon ausgeschieden sondern gegen die rumänen simona haleb 6 zu 2 und 6 zu 2 hieß es am ende und damit wies die rumänen ganz deutlich die schranken gegenüber der us-amerikanerin die damit aber auch ein rekord verpasst hat und sondern den rekord vom 24 grand slam titel überhaupt denn den hat im moment ja noch eine australiere so viel dann dazu einen jahr genau auch nach dem triumph von angeli kerber hat sich damit serena williams wieder nicht den rekordsieg holen können 6 zu 2 und 6 zu 2 nach nicht mal einer stunde gegen die zehn jahre ältere us-amerikanerin und somit hat sich die 27 jährige sich auch deutlich durchgesetzt in diesem erstaunlichen endspiel des wichtigsten tennis turniers dieser welt die außenseiterin der gegen der langjährigen dominatorin muss man wirklich so sagen der branche hat man eigentlich also hat halb hatte kaum chancen hätte haben können ein traum auftakt überragende schnelligkeit und auch ein feierndes spiel und das alles vor den augen unter anderem vor der herzogin herzogin megan markl und der herzogin kate hatte simona halb ihren triumph feiern können vor 15.000 zuschauern also neben herzogin kate und megan dominierte halb direkt zu beginn auf das erste break folgte auch direkt ein gewonnenes auflagspiel der ehemaligen nummer eins ohne punktverlust sogar auch noch und wieder gab es dann auch entsprechend einen break nach vier nach zwölf minuten stand ist nämlich schon 4 zu 0 richtig heftig erst danach gewann williams ihr erstes spiel in ihrem ersten wimbledon finale ließ sich dann auch halb die ja gebürtige rumänierin ist nicht von der atmosphäre beeindrucken holte nach einer knappen halben stunde gegen die älteste grand slam finalistin 51 jahren profigeschichte auch ihren ersten satz williams unterliefen aber auch viele fehler ungezwungen sogar nämlich nach einem ausgeglichenen auftakt im zweiten satz setzte sich halb dann auch nach dem break zum 3 zu 2 auch wieder ab und ja das war dann auch so gesehen quasi dann das ende für serena williams in richtung möglichen neuen nächsten sieg bzw 24 grand slam sieg ja ein jahr ist es dann auch genau her gewesen dass dann auch angeli kerber nämlich hier ihren ja ihren sagen wir mal großen sieg geholt hatte trumpfte nun die 27 jährige aus rumänien auch nun dazu für kerber war es diesmal war diesmal ja nicht war diesmal nicht in der vorrunde also schon in der vorrunde so kann man das sagen in runde zwei nämlich schluss gewesen beste deutsche bei diesem turnier war nämlich julia gerges sie kam eher eine runde später weiter bis sie dann gegen die finalistin ja serena williams ausgeschieden ist bisschen bitter aus deutscher sicht aber nächstes jahr kann alles noch werden und außerdem stehen ja auch noch andere wichtige tennis turniere an dies auch hier dann zu berichten gibt hier bei update sport und gleich bei uns geht es weiter mit dem fußball wir starten in den news der woche die a kurz sind und b auch mit dem fußball zu tun haben einerseits mit einem triumph andererseits mit einer transfer posse mit einem transfer thema was noch für verwirrung zeigt aber dazu gleich mehr jetzt gibt es aber erst mal die news der woche brasilien holte sich zum neunten mal den südamerikameister titel im finale letzte woche gegen peru gewann der rekordweltmeister mit 3 zu 1 und sicherte sich nach zwölf jahren mit auch wieder einen titel in der südamerikameisterschaft die copa amerika wird aber schon im nächsten jahr wieder stattfinden diesmal in einem neuen format und in zwei ländern im nächsten jahr wird die copa amerika in kolumbien und argentinien stattfinden der französische fußballweltmeister antoine grisman wechselt zum fc barcelona das hat der spanische verein am freitag bekannt gegeben die katalanen zahlen die ausstiegsklausel an atletico madrid die bei rund 120 millionen euro liegt der 28 jährige unterschreibt bei barca ein fünf jahres vertrag seine neue ausstiegsklausel beträgt nun 800 millionen euro zuletzt verweigerte er das training bei atletico weil er unbedingt den klub wechseln wollte das sagte er auch im mai im team von trainer diego simone spielte er seit 2014 und verlängerte erst im letzten jahr seinen vertrag bis 2023 in den vergangenen fünf jahren war der weltmeister bei atletico mit 133 toren und 257 pflichtspielen der prägende offensivspieler das theater um seinen wechsel ging über mehrere wochen madrid verweigerte eine ratenzahlung von barca weswegen die katalanen bei den banken sich einen kredit holen mussten ja ein sehr interessantes thema unter anderem denn einerseits hieß es nämlich auch dass atletico madrid eine andere ablösesumme für antoine griezmann haben weswegen atletico madrid diesen transfer eigentlich nicht genehmigt aber wir werden wohl euch da wahrscheinlich mehr auf den laufenden bringen wenn sogar auch wenn in dieser woche ein bisschen wenig sportmeldungen war auf der tv de auf unserer webseite auf die ich gerade hingewiesen habe soviel dank zu den news der woche ja und wenn wir schon dabei sind transfermarkt da wollen wir mal auch mal ein bisschen drüber reden denn das sommer transferfenster hat ja seit gut 13 tagen schon offen seit dem ersten juli können nämlich vereine in europa beziehungsweise auch generell weltweit nämlich wieder einmal ein bisschen einkaufen gehen wenn sie es nämlich dürfen wenn sie entsprechend nicht die financial fair regeln sagen wir mal verletzen in diesem jahr sogar in deutschland etwas länger als geplant normalerweise eigentlich so bis zum 31 august aber bei der 31 august in diesem jahr auf den samstag nämlich fällt hat die dfl nämlich einfach mal gesagt okay wir machen mal ein bisschen länger bis zum zweiten september nämlich ist das transferfenster dann noch geöffnet so dürfen dann werden dann dann werden in der bundesliga bereits die ersten drei oder in der liga auch schon die ersten fünf in der liga drei sogar die ersten sieben spieltage über die bühne gegangen sein also mittendrin statt nur dabei vertragslose spieler können dann in deutschland wie immer auch danach noch verpflichtet werden bis zum ende des ende des wintertransfers am 31 januar 2020 auch noch das kann man so sagen in england dagegen da ist es ein bisschen anders kommen wir aber dazu dann gleich denn in spanien und in frankreich ist ebenfalls auch am zweiten september schluss also da werden wir wahrscheinlich wohl an diesem zweiten september wieder einen kleinen special stream dazu machen was nämlich abgehen wird in in den ländern hier beziehungsweise in europäischen ländern im transfer bereich die premier league wie immer sie geht ihren eigenen weg auch im letzten jahr ist es so gewesen denn dort schließt das transferfenster ja schon bereits zum 8 august ja also in weniger als drei wochen kann man eigentlich schon so sagen schließen die nämlich einen tag vor dem auftakts spiel des in der premier league zwischen liverpool und norwich city und ähnlich war es auch letztes jahr so auch italien beendete das transferfenster beendete ein entsprechendes experiment nach einem jahr in diesem sommer wird das fenster an den ersten beiden serie a spieltagen wieder geöffnet sein und schließt dann auch wie in deutschland in spanien und in frankreich am zweiten september andere länder die sind halt auch da sagen wir mal ein bisschen anders portugal zum beispiel hat noch bis zum 22 september sogar auch noch offen in australien wo auch einige spieler hin wechseln könnten sogar noch bis zum 15 oktober in anderen ländern zum beispiel der türkei da ist es schon etwas früher nämlich durch 30 august zum beispiel in russland trotz des samstages 31 august in den niederlanden ebenfalls zum zweiten september und in den usa ist das transferfernster erst seit vier tagen offen aber entsprechend halt auch bis zum 8 juli 8 august entschuldigung dann auch noch offen es sind bisher aber auch noch diverse transfers schon durchgesickert beziehungsweise schon durchgelaufen kann man eigentlich sagen und wir wollen entsprechend mal auf diese transferfenster gerne mal gucken wenn ich da was vorbereitet denn da habe ich was vorbereitet und zwar nämlich sehen wir das auch unter anderem hier hier zum beispiel eden hasard vom fc chelsea jetzt bei real madrid eine ablösesumme im übrigen von 100 millionen euro bezahlt also so viel wie man es sich gerne sehen lassen möchte frankie de jong wechselt wie antoine griezmann zum fc barcelona kommt von ajax amsterdam hier liegt die für ablösesumme bei 75 millionen dann luka jovic den kennt man ja noch eintracht frankfurt und ist spielt aber jetzt im sturm von real madrid ebenfalls bei den königlichen also ein teamkollege von eden hasard hier lag die ablösesumme bei 60 millionen die ablösesumme bei 50 von 50 millionen war hier er bei edita milato der nämlich vom fc porto zu ebenfalls zum real madrid wechselt also madrid kauft hier auch international sehr gut ein auch hier verland mendi der von olympic leon zu den königlichen nach spanien wechselt hier die ablösesumme bei 48 millionen euro rodrigo kommt vom fc santos wechselt rüber zur spanischen liga ebenfalls zu real madrid 45 millionen euro auch hier marcos lorente kommt ja von real madrid wechselt aber quasi ja den verein nämlich innerhalb der spanischen hauptstadt und zwar nämlich von real zu atletico die beträgt die ablösesumme rund 40 millionen euro ein sehr junger mann 19 jahre kommt von benfica lissabon heißt joao felix wechselt ebenfalls zu atletico madrid madrid hier liegt die ablösesumme bei stolzen 126 millionen euro man denkt sich so ist der fußball verrückt ja er kann verrückt sein luke de jong wechselt zum fcc wie er hat vorher bei psv eindhoven gespielt 12,5 millionen also das zehnfache weniger was der 19 jährige da gekostet hat also man muss sich wirklich sagen geld spielt ja im fußball ja keine sehr große rolle das muss man so sagen ein weiterer spieler mit aber rund 21 jahren nämlich waren bisacker wechselt innerhalb der premier league von crystal palace zu manchester united die betrug die ablösesumme rund 56 millionen euro dann rodrigo wechselte von atletico nach madrid zu manchester city zu pep gardiola hier liegt die ablöse bei rund 70 millionen aaron ramsey wechselte von der premier league zur serie a wird teamkollege von cristiano ronaldo bei juventus turin das ganze ablösefrei also den ersten ablösefreien den wir überhaupt eigentlich haben in dieser ganzen liste die im übrigen bei kicker.de zu finden ist link dazu beziehungsweise dazu den link zu der meldung zu den transfers unten in der video beschreibung auch noch mal gesagt aber dazu gleich mehr adrian rabiot oder rabiot rabiot von psg zu juventus turin ebenfalls teamkollege wird der teamkollege von cristiano ronaldo ebenfalls ablösefrei auch ablösefrei jan luigi buffon erkehrt von psg zurück nach juventus turin nach nur einer saison darüber haben wir auch berichtet das ganze nach einem jahr sagen wir mal internationalen experiment in der league nun zurück zur serie a costas manolas vom as rom wechselt ja zum ligakonkurrenten ssc neapel für eine ablöse von rund 36 millionen euro ist auch richtig spannend dann die google 33 jahre ist von atletico madrid zu intermailand gewechselt in mailern wird er wohl wahrscheinlich dann auch seine karriere dann auch wohl beenden paolo sabara 27 jahre hat auch nur noch ein paar jährchen auf dem buckel kann man ja so sagen je nachdem wie sein körper halt noch mitmacht im mittelfeld spielt er für 18 millionen euro wechselt er also die ablösesumme wechselt er nämlich vom fcc wie ja zu paris san jama und natürlich den haben wir ja auch noch antoine griezmann 120 millionen euro da ist wie schon gesagt halt immer wieder der wurm drin ob das jetzt stimmt dass er jetzt nur für 120 millionen oder doch für 200 millionen dann doch zum fc barcelona wechselt hier ist es 120 millionen euro kommt von atletico madrid geht dann zum fc barcelona soviel dann auch dazu die werbung müssen wir uns nicht antun also das sind so unter anderem die ganzen transfers gewesen dies im moment halt auch noch gibt wir werden da vielleicht in den nächsten ausgaben von update sport mal auch noch mal ein kleines transfer update mal machen was dann auch noch so abgehen wird das haben wir jetzt heute mal so ein bisschen kurz zusammengefasst um euch auch noch mal zu sagen um euch auch noch mal ein bisschen näher zu kommen um zu sagen was so im moment international abgegangen ist in der bundesliga ist ja auch eine menge passiert wir wissen ja matz hummels ist zum beispiel halt jetzt von bayern münchen zurück zu dortmund also zu borussia dortmund zurückgekehrt und spielt dort nun wieder für die schwarz gelben und viele andere transfers die werden wir uns dann auch noch mal angucken ich habe sie halt auch noch mal gesagt auf der tv wo im moment in dieser woche wenig sportmeldungen gekommen sind aber das passiert nun halt mal wenn noch andere dinge geplant sind gibt es dann auch noch mal mehr infos dazu und dann sind wir mit update sport dann auch schon durch für den heutigen sonntag dem 14 juli nächste woche gibt es dann auch wieder eine ausgabe dann werden wir bestimmt auch wieder über das transferfenster also über das sommer über den sommer transfer dann auch noch mal berichten generell möchte ich aber auch schon mal sagen dass nächste woche eventuellerweise update medien ausfallen könnte das entnimmt ihr aber bitte dann auch unseren social media kanälen eventuell schon morgen am montag gibt es dann unsere übersicht für die kommende woche es gibt auch noch einen speziellen stream zu meinem 30 geburtstag in der kommenden woche habe ich nämlich geburtstag und den will ich so ein bisschen reinfeiern oder mittendrin feiern je nachdem wie ich das hinbekomme jetzt mal vielen dank fürs zuschauen das war es ab der für update sport für diese woche nächste woche wieder wie immer sonntags um 20 uhr hier bei der tv die nächsten videos gibt es dann am dienstag und am mittwoch gameboy time und der app check ist auch wieder da also freut euch drauf ich sage jetzt erstmal einen schönen wochenstart euch allen tschüss wir sehen uns wieder hier bei der tv auf wiedersehen